So, jetzt sitzt ihr dort, wie ein Schwarm Aasgeier vor einem toten Elefanten. Hättet ihr ernsthaft geglaubt, dass ich meine eigene Treppe hinunterstürze? Motiv! Nein, meine Lieben, da hat jemand nachgeholfen. Wie Sie alle wissen, verstarb vor einer Woche Henry, 13. Lord von Doubelface, unter mysteriösen Umständen. Entweder waren es Sie oder Sie. Immer lieben waren Sie beiden zur Tatzeit als einziges im Obelgeschoss. Vielleicht habt ihr ja gemeinsame Sache gemacht. Wie finden Sie das? Auch furchtbar. Furchtbar, ja? Kein Ah, Lieblich. Jetzt erklären Sie sich mal. Haben Sie schon eine Vermutung? Ich verfüge im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte. Mein Erbe erhält derjenige, der meinen Mörder entlarvt. Konfuzius sagt, Wenn Spurlos verspunten ist, der Fisch ist Vorspeise schon auf dem Tisch. Und Sie sehen, dass der Fisch ist, dass der Fisch ist. Wenn Sie her schiefen, dann können Sie die Kräfte sehen, dass der Fisch- undPE, denn ich habe das Wort entschieden. Und Sie bleiben die Kräfte im Fech- und 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 Fech.